Welche Finanzdashboards du als Unternehmer dringend benötigst? Wir gucken uns das Ganze an. Es ist immer wichtig, sein Unternehmen ganzheitlich im Griff zu haben. Hier vor allem auch die Zahlen im Griff zu haben. Dafür gibt es Dashboards, dass man sich das anschauen kann, sowohl auf seinem Laptop als auch auf seinem Handy, dass du hier genau siehst, wie läuft es gerade in deinem Unternehmen. Jetzt hast du natürlich tausend verschiedene Datenquellen, die müssen irgendwie zusammengeführt werden. Und jetzt ist es wichtig, welches sind die fünf zentralen Finanzdashboards, die du brauchst, um deine Firma ganzheitlich steuern und führen zu können. Mein Name ist Robert Gebenrath, ich bin Gründer und Geschäftsführer der LG Finance GmbH. Wir sind externer CFO, also externer Finanzchef und bauen solche Dashboards für unsere Kunden regelmäßig auf. Wir haben über 60 Kunden in der Betreuung. Jeder Kunde hat hier seine Finanzdashboards, die wir hier zusammenbauen, zusammenstellen, aus verschiedenen Datenquellen rein aggregieren. Und ich sage dir jetzt, welches die fünf zentralen sind. Es gibt tausend unter Dashboards. Noch coole Auswertungen, die du da fahren kannst, da fahren kannst. Also du kannst dich hier noch und nicht hereinknien, aber fünf Dashboards sind hier wirklich von zentraler Bedeutung, die du ganzheitlich benötigst. Und ich sage dir jetzt, welches sind und zeige dir sogar auch Beispiele, wie solche Dashboards grundsätzlich aussehen können. Also starten wir mal rein. Das erste Dashboard, was du dringend benötigst, ist eine KPI-Übersicht. Das bedeutet, dass du eine Übersicht über alle Key Performance Indicators oder zentralen Kennzahlen hast, die die Performance deines Unternehmens steuern. Das bedeutet zum Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel eine Agentur bist, dann musst du gucken, dass du deinen Vertrieb, dein Marketing im Griff hast, dein Personal im Griff hast und zum Beispiel auch deine Finanzen und dein Fulfillment im Griff hast. Dann guckst du dir zum Beispiel an, um das hier ganzheitlich abzubilden, guckst du dir an und definierst hier deine wichtigsten Kennzahlen. Das können sein, wie viel Ad-Spend hast du selber, wie ist aktuell deine Closing-Rate, wie viel Neukundenumsatz hast du gemacht. Das gucken wir uns an, damit wir wissen, okay, wie läuft es hier im Marketing und Vertrieb. Dann gucken wir uns an, wie viele aktuelle Kundenprojekte hast du, wie ist aktuell die Churn-Rate, wie viele Kunden kündigen, damit du das auch siehst, wie ist die Kundenzufriedenheit entsprechend. Wie viele überfällige Projekte hast du zum Beispiel, um hier zu gucken, ob hier irgendwas sehr, sehr gefährdet ist. Im Personal, wie viel eingehende Bewerbungen, wie viel Mitarbeit hast du aktuell, wie ist die Krankheitsquote, sowas guckst du dir dann an. Im Finanzbereich, wie ist dein Cash-Bestand, wie ist dein offener Forderungsbestand, wie hoch ist aktuell dein Gewinn, wie hoch ist gerade dein Umsatz auf den Monat gesehen und so weiter. All das brauchst du in einer Übersicht, dass du dir auf einen Blick, dass du ihn siehst, zum Beispiel in KPI-Boards gucken wir jeden Montag, gucken wir dem Führungskräfteteam an. Auch wenn ich im Urlaub bin, gucke ich jeden Montag auf mein Dashboard, auf meine wichtigsten Kennzahlen, auf meine KPI-Übersicht und sehe so, alles klar, läuft das übergeordneter Firma. Das kann so ein Meta-Dashboard sein, dass du hier die wichtigsten KPIs, die wichtigsten Kennzahlen zur Performance deines Unternehmens auf einen Blick hast. Es ist von zentraler Bedeutung, dass du diese Übersichten hast, um überhaupt hier Grip auf deinem Business zu haben, Kontrolle auf deinem Business zu haben. Sonst hast du immer nur ein Bauchgefühl, dass es schlecht läuft. So siehst du, an welchen Stellen das gerade ist und weißt, mit wem du zu sprechen hast. Ganz zentral, gerade auch, wenn du irgendwann eine zweite Führungsebene haben willst. Also, das ist eins der wichtigsten Dashboards, die du haben musst. Kommen wir zum zweiten Finanzdashboard. Das ist eine G&V-Übersicht. G&V, Gewinn- und Verlustrechnung. Das bedeutet, in dieser Übersicht siehst du konkret, wie viel Umsatz machst du und wie sind deine Kosten. Personalkosten, Raumkosten, Fahrzeugkosten, Versicherungen, Abschreibungen, sonstige Kosten und so weiter. All das siehst du hier im Blick und siehst dann auf der Basis auch, machst du gerade Gewinn oder Verlust. Das bedeutet, wie ist dein Ergebnis. Und diese Übersicht brauchst du dann eben, dass du siehst, okay, Januar, Februar, März, April, wie läuft es gerade in der Firma? Wie sind meine Trends, dass du hier auch ein paar Übersichten, ein paar Balkendiagramme hast, dass du siehst, okay, wie ist der Verlauf? Wie ist meine Saisonalität? Wann habe ich wieder ein Sommerloch? Habe ich überhaupt ein Sommerloch? Genau diese Dinge können daraus geguckt werden, dass du auch weißt, wann du welchen Gewinn machst. Und dass du hier siehst, hier siehst du, machst du überhaupt Gewinn? Bist du mit deiner Firma rentabel? Wenn du solche Übersichten nicht hast, ist das echt beängstigend. Du hast solche, sowas kriegst du auch, das ist das, was du auch beim Steuerbüro bekommst, monatlich diese BWA, die dann halt ein bisschen nach hinten guckt. Aber in dieser G&V-Übersicht wichtig ist, auch den Plan hier mit drin zu haben. In einer BWA vom Steuerbüro hast du immer nur die Ist-Zahlen. In einer richtigen G&V-Übersicht als Dashboard brauchst du sowohl die Ist-Zahlen aus der Vergangenheit, als auch die Plan-Zahlen. Was hast du denn geplant, wenn du sagst, ey, ich möchte dieses Jahr 5 Millionen Umsatz machen? Was bedeutet das? Wie viel machst du im Januar, Februar, März, April, dass du hier immer eine aktuelle Hochrechnung hast und guckst, ob du wirklich deine Ziele hittest oder nicht? So, also G&V-Übersicht, mega, mega wichtig. Jetzt kommen wir zum dritten Thema. Das ist das, was die Insolvenz verhindert quasi und das ist eine Liquiditätsübersicht. Das bedeutet, hier solltest du vor allem deine Liquiditätsplanung sehen. Was planst du in den nächsten Wochen und Monaten? Das bedeutet, wie entwickelt sich dein Cashflow? Wie sind die Einnahmen? Wie sind die Ausgaben? Wie ist der Cashflow? Wie ist mein Anfangsbestand vom Konto? Wie ist mein Endbestand vom Konto? Dann kannst du sehen, ob zum Beispiel die nächste Steuernachzahlung dich ganz schön unter Wasser drücken würde. Oder ob du dir überhaupt leisten kannst, jetzt das nächste größere Büro zu nehmen. Kannst du dir leisten, Mitarbeiter einzustellen? Hast du hier vielleicht irgendwie ein paar Kosten, die dich jetzt außerordentlich belasten? Rechnen dir Software-Tools jährlich ab, wo du auf einmal ein Loch bekommen würdest? All solche Themen, wie schnell zahlen die Kunden, das sind solche Themen. Das kannst du dann hier eben mit abbilden, dass du genau weißt, habe ich hier etwas zu befürchten oder habe ich genug Cashflow, um auch zu checken, zum Beispiel, ob du Gewinne ausschütten kannst. Und um das auch zu sehen, also das ist, ich glaube, es ist ein No-Brainer, dass man eine Liquiditätsübersicht hat. Ich glaube, das ist für alle klar. Das ist das zentrale Ding. Übrigens brauchst du das auch als Geschäftsführer, weil wenn es zur Insolvenz kommt, dann wird geprüft, ob du das hattest. Und wenn du es nicht hattest, dann kann es sein, dass du richtig, richtig hart einen auf den Deckel bekommst als Geschäftsführer bis hin zur Gefängnisstrafe. Das heißt, das hier ist sogar Pflicht, dass du das als GmbH-Geschäftsführer dringend hast, so eine Liquiditätsplanung, Liquiditätsübersicht. Also, ganz, ganz wichtig. Kommen wir zum Punkt Nummer 4 und das ist dann eine Bilanzübersicht. Bilanz ist das zentrale Instrument. Hast du vielleicht dann im Studium mal gehört oder auch so mal gehört, die Bilanz. Bilanz, das bedeutet Aktiv-Passiv-Seite, so das ist jetzt dann vielleicht ein bisschen, oh, lame, das ist jetzt sehr finanztheoretisch. Nein, das ist auch etwas, was du in der Praxis brauchst. In der Bilanz, da siehst du zum Beispiel, wie viele offene Forderungen habe ich, wie viele Vorräte habe ich. Das heißt, wie viel schulden mir noch die Kunden, wie viel Ware habe ich auf dem Lager zum Beispiel. Wie viel Kohle habe ich auf dem Konto, das siehst du in der Bilanz. Du siehst, wie viel Eigenkapital habe ich, wie viel Fremdkapital, wie viel hast du von Banken oder von der Kreditkarte dir geliehen, wie sind deine Steuerrückstellungen. Auf der Basis weißt du, okay, wie viel Eigenkapital ist da, was ich auch an Gewinnvorträgen ausschütten darf. Ist es auf der anderen Seite da, ey, irgendwie zahlen meine Lieferanten zu langsam. Habe ich hier ein Risiko, dass ich bald wieder an Zahlungsschwierigkeiten kommen werde, was du in der Liquiditätsübersicht entsprechend wieder siehst. Das heißt, hier die Bilanz spiegelt immer die Wahrheit wieder und ist das zentrale Finanzinstrument für jedes Unternehmen. Das muss jedes Unternehmen haben. Normalerweise siehst du sowas aber nur einmal im Jahr rückwirkend im Jahresabschluss von deinem Steuerbüro und dann kannst du es vielleicht noch nicht mal richtig lesen. Das heißt, du brauchst hier natürlich, gerade als praktisch orientierter Unternehmer, brauchst du auch Auswertungen von dieser Bilanz. Das bedeutet, wie sind deine Quoten dahinter, wie hoch ist das, wie hoch ist das. Auch mit dem Frühwarnsystem ist das Rot-Gelb-Grün. Also all sowas, das ist hier ganz, ganz zentral, dass du sowas entsprechend auch hast. Und jetzt kommen wir noch zum fünften Dashboard. Und das fünfte Dashboard ist dann auf dieser Basis, weil hier hast du ja immer die Ist-Zahlen und die Planungen auch drin, dass du in der Gesamtübersicht einen Plan-Ist-Vergleich hast. Das ist natürlich das zentrale Instrument für das Thema Risikomanagement. Du machst ja eine Finanzplanung und dann musst du natürlich auch nachhalten, ob du diese Finanzplanung erreichst. Auch gibst du zum Beispiel bestimmten Führungskräften Ziele vor. Dann musst du gucken, ob die ihre Budgets einhalten und ihre Ziele erreichen. Das ist ganz zentral. Je größer du wirst, desto wichtiger wird das. Und so hast du ein Frühwarnsystem. So kannst du dich auch selber kontrollieren. Wenn du sagst, ey, ich meine es ernst mit meinem Unternehmertum, ich meine es ernst mit meinem Wachstum und meiner Skalierung. Dann sagst du, ich möchte dieses Jahr 5 Millionen machen. So, nächstes Jahr 7 Millionen. Alles klar, was sind die Schritte? Was planst du dafür? Und wie ist das übersetzt in eine Finanzplanung? Und jetzt zu gucken, okay, wenn du das machst, dann brauchst du zum Beispiel im Januar 400.000 Euro Umsatz. Im Februar zum Beispiel ist geplant 420.000 Euro Umsatz. Im März ist saisonal ein bisschen schwächer, da hast du dann 380.000 zum Beispiel. Und so plant man das durch und guckt sich das dann an, wie es dann im Ist wirklich ist und ob du hier das einhältst. Vielleicht drehst du die Kosten schon hoch, aber die Umsätze ziehen nicht nach. Wenn du so weitermachst, gehst du dann in die Insolvenz. All sowas kannst du dann checken über gute Plan-Ist-Vergleiche. Also, das sind die 5 Dashboards, die du dringend brauchst und jetzt hier ein paar Beispiele. Guck mal, so oder so kann zum Beispiel eine KPI-Übersicht aussehen. Wenn du dann das nächste hast, hier die G&V-Übersicht, die G&V-Übersicht kann entweder so aussehen oder auch so, dass du hier auch die Interpretation mit drin hast, dass du hier die Verläufe siehst etc. Dann gucken wir uns hier die Liquiditätsübersichten an. Auch das ganz wichtig hier zu schauen, so kann sowas aussehen, so kann sowas aussehen, dass du hier die Verläufe der Liquidität auch mit drin hast. Bilanzübersichten, hier auch mal ein Beispiel für eine Bilanzübersicht mit Auswertungen. Und Plan-Ist-Vergleiche auch hier einmal deutlich zu sehen. Das kann auch in der Form so aussehen, hier einmal kurz eingeblendet. Entsprechend ganz, ganz zentral, dass du solche Dashboards für dich im Unternehmen aufbaust, implementierst. Diese idealerweise sowohl mobil als auch auf dem Laptop verfügbar hast, um dein Unternehmen zu steuern. Und diese sollten hier auch entsprechend für dich lesbar sein. Das heißt, du musst natürlich wissen, wie man sowas liest. Aber idealerweise hast du natürlich gleich noch wen an der Hand, der das für dich mitinterpretiert, ein Profi. Damit hier insgesamt nichts schief gehen kann. So, wenn du solche Dinge auch in deiner Firma haben möchtest, wenn du die aufgesetzt haben möchtest auch, dass man weiß, okay, das ist jetzt auch wirklich korrekt und da habe ich auch jemanden, der gibt mir dazu sogar noch Handlungsempfehlungen und wertet diese Dinge mit mir gemeinsam aus, dann melde dich unter www.rg-finance.de, sprich da in einer kostenlosen Erstberatung zu und wir zeigen dir, wie wir sowas bei dir realisieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017